ja willkommen mein name ist an die rolle peri und ich bin im menü und ich begrüße euch zuletzt gleich nochmal zwei feilen mix jetzt vorgaben wir ein bisschen hier in space paranoid rumgeeiert mit tron und so unseren absoluten lieblingscharakter in diesem spiel und ich bin immer nur in der weisen form deswegen mache ich ein bisschen hast hier und verschwendt keine zeit muss man sechs gegner erledigen dann kann ich die form auch aufwählen da würde ich gerne machen also loskommen irgendwo sechs gegner ja kaputt kriegen oder ja wofia ja das war ja 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 wenn man weiter auf der will nähe doch so war sprint zwei und drei ich habe mir okay ja und frage ja ja jetzt mal hier rein doch wie weit wir jetzt springen können geile aus muss total herrschen ich glaube hier drin wäre es auch ungemütlich und dann darauf sagt man kannst du den computer ich habe meine dinge wieder zurück geil habe ich zurück ja ja du hast aber gerade mit dem blitz und punkte resistenz möglich ich bin dazu bei will mich aus dem katz ins geschmissen werde und nicht zurück fahren sich meine drei punkte wieder da ja blitz und dunkelheit und abwehrkraft ja dann können wir uns als nächstes ich kann die charaktere nicht wechseln wir uns schon ein bisschen schneller bewegen okay jetzt müssen wir an die helden kommen auf dann wird man einmal ja nix da muss ich jetzt schon wieder zum arbeits aber ich bin sicherlich gegen die scams sollten wir in feindtaten sammeln und die mobilität einzuschränken das arbeitszimmer zurück porten hallo ich wollte sagen wir geht es weiter hi hi I'm disappointed in you program why do you insist on our lying with these selfish users because i want to help them something written into my code commands me to do what is right Echt? Und was soll das sein? Ich kann wirklich nicht sagen. Freunde, sie helfen uns, das ist alles. Oh, oh, schau mal! Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, ja. Oh, oh, oh. Hier kommt bloß vielleicht neben soll. Ich krieg den gar nicht zu fassen, ey. Mein Gott, komm, ja. Ich bin nicht. Ich komme nicht an den heran. Warte. Warte, wir haben ihn kaputt gemacht. Ich kriege ihn nicht zu fassen. Danke. Jetzt suche ich dreimal. Da liegt echt an unseren Papageien. So immer hat fünf hohes Form. Hier möchte ich gerne meine Dinges ansetzen, aber hat soll's. Da kommt ich bewegen. Da heilt sich ein bisschen verarschend. Formatiert. Das Verdammt nochmal her. Das Verdammt nochmal her. Oh ja. wenn schnell willst du ja jetzt noch mal ganze also erst mal so viel spaß gemacht hat ich habe in der luft ja naja ich kann ja schon als du weifleister hoch sehr gut und kreisenschlag immer ist alles läuft nach planen ist jetzt bin ich sehr gut das sieht aus wie hühnchen schlabel hat er vorne ist so ein kamm warum ist mir jetzt das aufgefallen nachdem sie besiegt haben ich ich Mit all meinen Funktionen auf und runter, ich denke, ich habe eine Chance für den System Kontrollen entfernt von der MCP. Jetzt, ich hätte besser gearbeitet. Das ist was mein User will. Was Ansem will? Ich habe das noch nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Wir haben die Password von Ansem gehört. Wir haben einfach gefunden. In der User-Wert. Und noch eine Sache. Ansem war unser Enem. Ich glaube, er ist noch ein. Ich glaube. Achso. Er ist mein Enem, auch. What do you mean? Now I really don't get it. I don't understand it either. But I think users like you are going to be the ones who will finally figure it out. You have the ability to take illogical routes and still arrive at the answers you seek. Now go, before you see me, you start talking again. Ich werde auf jeden Fall zurückverwandelt. Hahaha. Ich nutze das Spiel zu meinen Vorteil richtig aus. Kreise schlafen möchte und umschlag auswachsen. Ich hoffe, der hat nochmal Kugelboost geladen. Ich bekomme den Kreise schlägt und den kreisenden, zwei gussig However, der schläfle noch schneller gehen. Ja, das war ich immer, aber zum Beispiel. Ja, ich kann ihnen zwei Frauen, alle hochklammern. Ich werde langsamer, als ich aber mächtiger. Ja, wir wissen es, ihr habt keine Ahnung von Technik. Okay, Photon Debugger, Blitzschaden erhöhen, boah, ich meine für irgendwas war der nochmal nützlich, ich weiß nur nicht mehr was. Aber egal, Sterntreue reicht schon erstmal, extrem früh bekommen, merke ich gerade, halt mal bei der Hälfte des Spiels. Ja, das soll lieber Leon machen. Der Reihenfolger. Der Reihenfolger. Lass die Idioten doch nicht mit Technik in demselben Raum allein. Ja, der hat leicht reden, der kommt aus einer hochmodernen Welt. So, er lebt auf einer Insel. Na, warum wurde jetzt hier schon wieder... Warum könnten die nicht direkt in die Katzen übergeben? Das ist so oft wie ein Spiel. Hey, diese Dinge dauert Zeit, okay? Wow, es macht was. Mein Gott. Ich denke, er will wissen, was wir wissen wollen. Okay, Google, okay. Katzenbilder. Das war Goofy, der hat Ahnung. In der Gruppe fehlt echt irgendjemand, der nicht bescheuert ist. Goofy, diese Rolle zu geben, ist irgendwie sehr merkwürdig. Die Daten ist korrekt. Stupid Computer. Sora! Who ist das? Well, ich sehe, du hast alles funktioniert. Oh, Your Majesty. Good going. Der Computer sollte uns die Dinge, wir müssen wissen. Aber es bleibt sagen, die Daten in der Insel ist alles Kurskoppel. All we got is a picture of some guy we don't know. Ansem, the wise. Come on, are you teasing us again? Did you forget when Ansem looked like Your Majesty? Of course I do. And this is him. I'm positive. Huh? Excuse me, could you come this way, please? Look, this is Ansem. You know, the guy we all worked really hard to defeat. Oh, that's right. I never finished explaining. What? Nebscher plot twist. Incoming. Well, the man in the picture is definitely the one who tried to take over Kingdom Hearts. The one you fellas defeated. But what you actually fought was his heartless. You see, he wasn't really handsome. He just went around telling everybody that he was. Okay. Das ist sehr doof. You mean... What? What? We went through all that trouble to defeat an imposter? Yup, a fake. But he still had to be stopped. I can't believe it. Oh, I'm kinda confused. If he's a fake, then what happened to the real Ansem? Well, that's just what I'm trying to figure out. Ansem the wise should know all about Organization 13's plans, and what's been happening to the world. I'm pretty sure he'll give us some help. You know, I came close to finding him once. Hmm... Don't tell me there's more. I'm lost enough as it is. Well, let's see. Some fella named Ansem, who wasn't really Ansem, became a heartless. Does that mean a nobody got created when that happened too? Yup. And that nobody is the leader of the organization. What? What? I know I've met this fake Ansem before, and I've seen the leader of Organization 13, too. Hmm. Kinda felt like being around the same fella. So, where did you meet this guy? Gosh. I can't remember. Ansem the wise, the real Ansem, must know the imposter's true identity. That's why I've got to find him and ask him about it. You. You. You started all of this. Because of you, Riku and Kairi. Oh. Your Majesty. Do you know where Riku is? He's... I'm sorry. I can't help. Really, Your Majesty? Are you sure? I'm sorry, Sora. What about Kairi? Organization 13 might have kidnapped her. Oh, no! Sora, Donald, Goofy. I was planning to go get help from Ansem the wise. But, now I know I forgot the most important thing. Helping others should always come before asking others for help. We're safe and sound and free to choose. So, there's no reason we shouldn't choose to help our friends. Let's look for Riku and Kairi together. We got a start by helping out here. H. H. König Micky macht jetzt alles fertig. Ja, der Anführer der Organisation ist niemand von Ansem sehr gut. Deswegen haben die ein Chain of Memory ist auch oft gesagt, dass Riku irgendwie sie an ihren, an ihrem Boss erinnert. Es macht alles hin. Ich bin auf Chain of Famous gekommen. Das ist eine Menge Erzlose. Geil. Das ist eine Menge Erzlose. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge Erzlose. 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 Das ist eine Menge, Hermann. Das ist eine Menge Erzlose. Komper! Was solltet honoriert werden? Das ist die Espanse Erzlose. liebens das ist einfach nur umfährt genau wie ein fallout alles verbinden sich und gehen auf mich los so war die zeit ist auf zwei helden weil er weißen form einsetzen aber auch die wandel nicht so viel alle ich weiß kann situation kann man nicht einmal geld nicht alles deswegen vielleicht gibt es alle glaube ich habe ganz erwartet das ist blöd ich nicht für die form brauchen um die aufzunehmen er ist auf jeden fall lange beschäftigt ich bin die voll prutzig um hey if you're looking to pick sides why don't you pick leons they can always use help does this leon have any treasure oh we're nothing with mentioning just three treasure fanatics leon really have any treasure geht schon wieder im kopf und jetzt nichts dagegen wenn wir den ganzen gang genau umlaufen aber ich glaube wir werden rauskippetiert ja aus dem weg und ich mache eine katze nicht ja 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 Dann sollte ich ihm, was er will. Das letzte bisschen Licht ist immer das schwerste, um rauszuhren zu können. Der fliegt einfach weg. Verdammt. Na du? Scheint daraus gekommen zu sein. Ah, Final Mix Content. In dem Ort tun wir uns noch eine ganze Weile fernhalten. Das ist doch schon immer hier. Was da wohl drin ist? Keine Zeit, das zu untersuchen. Los, wir müssen den König hinterher. Ja, da gehen wir noch nicht hin, weil... Haha, schon wieder die... Meine Drive-Form füllst du die ganze Zeit auf. Ich finde das geil. Ich überlege gerade, ob ich... Held und Frau ein bisschen auf der Nähe. Wenn das schluss Disney gehen... Ich bin... Wann ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ich war jetzt mal kurz in die meisterfrauen da hat leider nicht gereicht verdammt okay tun sich nicht wie film oder weil und was hat gucken aber stimme man hier die welt verlässt wenn man die welt karte betritt und da reingeht die dinge einsammelt dann müsste ich doch eigentlich gut aufhören können eine neue episode hinzufügen ist mir klar da kann es ja nicht mehr hängen nur da funktioniert ich hätte ausnutzen hallo wie ist es eine ab da kann ich wahrscheinlich erst mal nur auto meister form erst mal ich weiß nicht wie viele dinge hat sind aber ich habe da werde ich ein bisschen machen wenn wir das ding hochzuleveln gute idee noch mal ganz schnell wenn uns auf screen machen ich will ja nichts auf screen machen ehrlich gesagt vielleicht noch mal ein level hier so ein paar tipps und tricks hier beibringen im spiel 66 brauchten warum aufzulegen natürlich alles vorbei wir uns einmal in die antiform verwandeln dann auch wenn ich das gebiet verlassen haben wir dann wohl naja ist gefährlich und so noch 15 dinge an sollten uns eigentlich können oder 66 39 werde wahrscheinlich noch einmal ausgemachen dann sehen wir uns in der nächsten folge wenn ich die letzten kugeln nochmal einsammeln dann gehen wir noch mal zurück und dann ja ich werde schon sehen wie ich das mache jeweils dankbar zu schauen und sage tschüss bis zur nächsten folge